Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, wie Sie aus Ihrem Raspberry Pi ein Internetradio machen können. Das ist der zweite Teil, den ersten Teil finden Sie über die Beschreibung verlinkt. Hier geht es darum, das Ganze benutzerfreundlicher bezüglich der Steuerung zu gestalten. Dazu müssen wir zuerst einmal einige Pakete installieren. Ich schalte hier mein Webradio erst noch mal aus. Mit MPC Stopp. Und zwar apt-get-install-apache-2-pap5-lib-apache. Alle Befehle natürlich auch noch mal in der Beschreibung. mod-pap5 Das bestätigen wir direkt. Wenn wir wieder auf der Eingabeaufforderung sind, sollte sich unser Pi via HTTP ansprechen lassen. Also einfach http.doppel-slash und jetzt die IP 192.168.111. In meinem Fall ist das 39. So abgeschickt und dann bekomme ich hier es funktioniert angezeigt. Da wir nun einige Dateien erstellen werden, die dann am Ende hier angezeigt werden sollen, ist es eigentlich ganz sinnvoll per FTP auf den Pi zuzugreifen. Standartmäßig kann der Pi das allerdings nicht, weswegen wir diesen Dienst auch noch installieren müssen mit apt-get-install-pro-ftpd. abschicken bestätigen bestätigen Die entsprechende Konfigurationsabfrage hier einfach mit Enter bestätigen Und das war's dann auch schon. Jetzt haben wir FTP-Zugriff auf unseren Pi. Das ist natürlich nur ein ganz rudimentärer Zugang, da wir den nicht weiter konfigurieren werden. Für unsere Zwecke reicht das hier, also ist es kein FTP-Server, den Sie am Ende ins Internet stellen sollten. Im LAN ist das allerdings kein großes Problem. Und wenn Sie doch Sorge haben, dass in Ihrem LAN Leute unterwegs sind, die Unsinn machen, einfach pro FTP-D am Ende wieder deinstallieren. Ist auch eine Möglichkeit. Damit Windows auf den Pi per FTP zugreifen kann, brauchen wir natürlich jetzt noch ein Client-Programm. Wenn Sie sich damit auskennen mit FTP-Programmen, Sie können natürlich jedes FTP-Programm benutzen. Über die Beschreibung, eins beispielhaft von uns verlinkt. WinSCP Habe ich jetzt hier. Einfach nur doppelklicken. Steht schon mein Eintrag drin. Nehme ich den mal wieder raus, damit ich ganz vorne anfange. Also, so beginnen wir das Ganze. Hier auswählen. FTP, keine Verschlüsselung. Wir sind ja im LAN unterwegs. Hostname ist in meinem Fall die IP 192.168.1.1.1.39. Portnummer ist 21. Username ist PI und Ihr Passwort in meinem Fall 123456. So, das wird am Ende gespeichert. Name, Passwort soll er auch speichern. Shortcut brauche ich jetzt nicht. Sondern da steht das Ganze hier drin. Und wenn ich jetzt hier auf Login klicke, dann lädt er sich ein. So, dann sehe ich jetzt hier HomePi. Das ist mein Benutzerverzeichnis. Unser Webverzeichnis, auf das wir hier zugreifen, das liegt allerdings nicht in unserem Benutzerverzeichnis HomePi. Weswegen ich jetzt hier oben mal drauf klicke. Und dann hier Ware www. Und hier liegt meine Index HTML. Das ist die gleiche Datei, die hier gerade angezeigt wird. Kann ich mir hier auch anschauen, indem ich einfach mal hier auf Edit klicke. Da haben wir hier die entsprechenden HTML Befehle. Es funktioniert. Und das gleiche haben wir hier auch. Das ist also unser Verzeichnis. In dem werden wir arbeiten. Da dem Benutzer PI, mit dem wir uns hier gerade eingeloggt haben, allerdings weder das Verzeichnis gehört, noch die Dateien, die drin sind, können wir natürlich keinerlei Änderungen hier vornehmen. Wir müssen uns erst die entsprechenden Rechte vergeben. Beziehungsweise die Rechte im Verzeichnis so ändern, dass halt jeder drin rumschreiben kann. Dazu cd var www. Jetzt sind wir also hier erstmal in dem Verzeichnis. Und dann chmod 777-r auf das Verzeichnis var www. Schicken wir ab. Das bedeutet, jetzt kann hier jeder schreiben. So, wenn ich mir das Ganze jetzt hier nochmal neu anschaue, hier sieht man die entsprechenden Rechte. So, lesen und schreiben kann hier nur der Benutzbesitzer. Der Rest, das zweite R ist die Gruppe und das dritte R ist jeder andere auch. So, wenn ich jetzt hier ein Reload mache, dann steht hier überall, jeder darf hier alles. So, und jetzt kann ich also hier Dateien erstellen, relativ leicht und die dann am Ende nur noch rüberschieben. Im ersten Schritt werde ich mir jetzt erstmal die Index HTML runterladen auf meinen Rechner. Dann kann ich die nämlich leichter bearbeiten. Und ebenfalls besorge ich mir einfach ein paar Grafiken, die die Sendeanstalten, die ich da über den Stream eingebunden habe. Ich sage jetzt mal darstellen. Einmal Logo SWR3 gesucht und einmal Logo 1 Live, war der zweite Kanal. So, dann hier noch auf Bilder klicken, damit wir auch die Bilder angezeigt bekommen. Einfach entsprechend abspeichern und zumindest in der Größe so ein bisschen anpassen, habe ich jetzt hier schon gemacht. Die habe ich mir jetzt hier schon direkt in mein Verzeichnis gelegt. Hier meine zwei Logo Dateien. Insoweit die Datei Index HTML kurz aufrufen und jetzt entsprechend editieren. HTML Body bis hier unten. So, dazwischen nehme ich alles weg. Setze mal ein paar neue Zeilen rein. Das Ganze soll ja nachher einigermaßen griffig aussehen. aplication center. und am ende center wieder zumachen. So und jetzt. img source logo sw r 3. pmg kopieren einfügen eins live war das zweite. Hauen wir mal da zwei rein. So am Ende speichern, schließen, die drei Dateien markieren und rüberschieben. Jetzt hat er alles ersetzt und wenn wir jetzt hier ein Reload durchführen, dann werden die zwei Grafiken angezeigt. Am Ende sollen das also klickbarer Links sein, die dann eben entsprechend unsere Webradio anweisen, auf den Stream von SWR3 zu schalten oder eins live. Das soll natürlich nicht das einzige sein, was wir hier über unser Webinterface steuern können. Wir sollen natürlich auch optimalerweise das Ganze anhalten, lauter machen oder leiser. Dazu brauchen wir aber natürlich auch noch einige Icons. Insoweit habe ich jetzt einfach mal bei iconfinder.com vorbeigeschaut. Hier gibt es jede Menge Auswahl. Einfach danach suchen. So dann können wir jetzt hier die entsprechenden Icons nehmen. So ich suche mir jetzt mal beispielhaft. Was suche ich mir denn da raus? So das soll mein Stop Button werden. Dann habe ich hier noch ein Plus. Das soll für lauter sein und hier das Minus nehme ich mal für leiser. Speichern wir das Ganze ab. Wo wird das Ganze jetzt gespeichert? Wahrscheinlich unter Downloads. Ja, hier ist mein Button. Rechte Maustaste. Das Ding müssen wir direkt umbenennen. In... Jetzt muss ich gerade mal schauen, was war das denn. Das war der Stop Button. Rechte Maustaste. Umbenennen. Stopp.png So, das soll umbenennen. Lauter.png sein. Und leiser.png. So, die drei werden STRG-X. rausgenommen. Und hier wieder eingefügt. Können wir das wieder kleiner machen. Die Dateien rüberschieben. Stopp. Leiser. Lauter. Jetzt sehe ich allerdings hier gerade die Endung, die ich dahinter gesetzt habe, die ist jetzt doppelt dahinter. Kann ich das hier nochmal umbenennen. Dann nehme ich mich einmal im PNG raus. Also die Endung hätte ich eben weglassen sollen. Und hier unten nochmal. So, jetzt aber die drei Dateien nehmen, rüberschieben. So, sind die auch hier. Aber angezeigt wird das Ganze noch nicht, da wir es ja noch nicht über die index.html eingebunden haben. So, Image. Ich kopiere mir das Ganze hier. Machen wir das Ganze nebeneinander oder hintereinander. Oder übereinander. Ich fange erst mal an mit nebeneinander. Also, fangen wir an mit leiser. Stopp. Und lauter. Speichern. Rüberschieben. Reload. Okay, und hier sind meine drei Buttons. Damit ist unsere Benutzerschnittstelle jetzt erst mal fertig. Sie können sich da natürlich noch entsprechend aufbauen. Austoben. Also mehrere Stationen hinzufügen. Andere Arten von Controllern einfügen. Vielleicht so ein Schieberegler und so weiter. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten über HTML. Für mich soll es das jetzt hier erst mal sein. Folgt also als nächstes das Ganze hier noch mit den entsprechenden Befehlen zu unterlegen. Folgt im nächsten Video. Okay. Holger Maloney Merci! Untertitelung des ZDF, 2020